Ich glaube nicht. Also hoffe ich zumindest. Ich werde den mal verstecken. Kann ich hier Dings aufnehmen? Nein, kann ich nicht. Ich dachte, ich kann ein bisschen Fleisch aufnehmen, während ich hier... Ich verstecke den mal hier oben. Hier wird den bestimmt keiner finden. Sehr schön. Wenn jetzt natürlich noch welche in der Höhle sind, die habe ich natürlich nie markiert, weil die Eule ja da nicht... Hallo? Weil die Eule ja da nicht hinkommt. Und... Attaschen für diesen Gegenstand bereits voll. Das ist... Ja... Man kann nie genug Fleisch mithaben. Im Urland. So, dann schau mal. Guckt er hier hin? Nein, ne? Er ist auf jeden Fall ein bisschen mehr gepanzert, der Typ. Hier ist keiner in der Höhle. Okay. Schauen wir mal, ob ich den irgendwie mitnehmen kann. Geht das irgendwie? Ohne, dass das... Oh, okay. Da kommt jemand. Okay. Okay, 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 okay. Okay, okay. Pass auf. Kommt der hier rein? Scheiße, der kommt hier rein, ne? Drehen sich jetzt beide rum, oder kommt nur der... Ah, da kommt nur der eine. Das ist schon mal geil. Mit dem Pfeil oder Takedown? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich Takedowne den mal. Na, geh doch da lang. Wo gehst du denn lang? Hallo? Ich nehm den trotzdem mal mit dem Körper. Sicher ist sicher. Weil wenn den mal doch einer finden sollte oder so, ist natürlich doof, weil dann sind die ein bisschen in Aufruhr. Was machen die beiden da? Der Leichenberg steigt. So. Schön wäre es jetzt noch einen hinzulocken. Einen anderen noch. Frage ist natürlich, wo gehen die, wo gehen... Wo gehen... So, okay. Der ist da irgendwas am Stein am Abkrabbeln, am Arbeiten. Wo ist er hier dahinten? Vielleicht können wir ihn ja hinlocken. Ich versuch's mal. Vielleicht kommt er ja dann hier runter. Wo ist er? Hä? Wo ist er denn hin? Ach da. Ah, dem muss ich definitiv mit Pfeil, weil ich glaub nicht, dass ich den Takedown kann. Weil er kommt ja genau in die Höhle rein, genau in unserem Weg. Außer er dreht sich um und geht wieder zurück. Oder die Frau oder wie auch immer. Wollte sich gerade umdrehen und zurückgehen? Ich probier mal. Sehr schön. Sauber. Nehme ich erstmal von dem Eingang weg, weil es mir irgendwie sicher war. Ich hab keine Lust hier irgendwie... Na. Keine Lust irgendwie, dass hier einer... Oh, ich hab den Jägerblick an. Keine Lust irgendwie, dass hier einer die sieht, die die Leichen. So, wir sind ganz gut unterwegs, find ich. Den müsste man noch irgendwie weglocken. Da ist die Höhle, ne? Ich probier mal was. Ob ich den da reinlocken kann. Geht der dann in die Höhle rein, geht das? Muss ja natürlich schnell sein, dass er hier wieder weiter geht. Ach, da ist gar kein Höhleneingang oder wie. Oder? Scheiße, er ist wieder zurückgegangen. Fuck. Ah, Moment. Komm hier rein. Ja, sauber. Geil, das funktioniert mit dem Locken. Das ist schon mal sehr nice. Dann können wir die schön einzeln, schön einzeln abgrabbeln. Na, wo ist er denn? Schnell mitnehmen, bevor den einer findet. Ich glaub, den können wir eigentlich... Können wir den hier hinlegen. Ich glaub, hier in die Höhle kommt, glaub ich, keiner rein. Ah, ich leg... Wisst ihr was? Ich leg den einfach wieder auf den Haufen, so wie es immer so ist. Mein Gott. Jetzt noch ein Feuer da drauf machen und... Ja, das Knusperschenkel. Entschuldigung, das ist... Das klingt so falsch. So, warte mal. Der steht auch weiter weg. Wen kann ich denn noch locken? Ich schau mal, kann ich den locken? Okay, das war scheiße. Ah, der kommt. Sehr schön. Der kommt schon mal in die Nähe. Das heißt, wenn ich jetzt hier dran, müsste er eigentlich hier reinkommen, oder? Und wenn er dann hier drin steht, eigentlich nur noch da hin. Sehr schön, sauber. Geh da hin. Geh da hin. Los, geh da hin. So, nehmen wir mit wieder. Läuft, würde ich sagen, ne? Also, also läuft. Also, richtig cool. Läuft auf jeden Fall hier mit unserer Aktion. Also, das mit dem Locken finde ich schon... Na. Finde ich schon total geil. Ich will dazu gar nicht sagen. Das ist so. Hashtag Leichenschändung. So. Ähm. Entschuldigung. So, ich sage natürlich... Durch die Sonne sehe ich jetzt gar nichts, wer wo ist. Der ist auf jeden Fall jemand, der Hilfe rufen kann. Aber den kann ich eigentlich auch hinlocken. Nein, 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 nein. Scheiße. Wenn der jetzt Hilfe ruft. Ey, fuck. Boah, Gott sei Dank, ey. Gott sei Dank. Aber der andere ruft Hilfe, hundertprozentig. Scheiße, Mann. Fuck. Jetzt ärgere ich mich. Jetzt ärgere ich mich wirklich. Jetzt ärgere ich mich wirklich. Jetzt ärgere ich mich wirklich. Bin ich ganz ehrlich. Ein Fehler und es ist... Ich will doch sterben, Mann. Jetzt ärgere ich mich natürlich tierisch. Das ist jetzt natürlich... Was? Oh. Alter, was? Willst du mich... Alter, aua. Lass das. Lass das. Lass das. Lass das. Jetzt hat der eine natürlich Hilfe gerufen. Ey, fuck. Ciao. Ich bleib mal hier in den Gestrüpp, in der Vegetation. Vielleicht versuchen die mich dann nochmal. Dramatische Musik. Dramatische Musik. Wo denn? Wie kann der mich denn hier hinter dem Stein sehen? Ach, hier zwischen, natürlich. Natürlich kann er mich hier zu. Alter, das gibt's auch nicht. Geil. So. Ich heil mich mal. Ich schnapp und hier nochmal eben so ein Schnitzelchen. So. Da ist noch jemand unterwegs. Den ich noch nicht gesehen habe, wo der ist. Aber der hat uns schon gesehen. Schon wieder. Das gibt's doch gar nicht. Okay, pass auf. Ich stelle nochmal vier Speere her. Schon einmal dabei bin. Jetzt müsste ich den nur finden. Wo ist der denn? Ich seh den aber auch nicht. Ah Mist, das ist das so... Mein Gott, das ärgert mich. Das ärgert mich tierisch. Kann man die Mission nochmal neu starten? Verdammt, ey. Das hat so gut geklappt. Klar, man hat ein bisschen länger gebraucht. Man hat ein bisschen länger gebraucht. Aber trotzdem... Ah, dahin läuft er. Dürfen wir uns eigentlich hier drin nicht sehen. Okay, komm, 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 komm her. So. Nee, aber das, wie gesagt, das ärgert mich total. Das ärgert mich echt total. Tschüss. Woll ich schon immer mal machen. Nein, weil das so gut geklappt hat, verdammt. Und dann sieht mich da eben so ein... Oder beziehungsweise dann schieße ich den Pfeil auch noch daneben. Neben der Tant hier. Obwohl sie eigentlich, ja, den Pfeil im Kopf hat. Ja, mein Gott. So. Ja. Die Maske von Krati müssen wir jetzt stehlen. Das machen wir mal. Boah, die ist aber hässlich. Oder welche Maske ist das? Ist das die? Die ist aber hässlich. Wie gesagt. Geh, Geh, Geh! Geh, 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 Geh! Geh, 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 Geh! Entschuldigung? Wie komm ich denn? Hä? Wie komm ich denn? Ah, hier! Oder? Warte mal eben. Geht das? Komme ich hier durch? Aua, ich brenne. Alter. Was? Hilfe! Komm ich hier wieder raus. Nein, was? Da lande ich auf diesem scheiß Ast. Das gibt's doch gar nicht. Verdammte Kacke, ey. Das ärgert mich echt, dass die Mission so mies läuft. Verdammte Kacke, ey. Die ganze Zeit läuft das wunderbar. Und jetzt hast du hier so eine Scheiße, ey. Ich muss hier... Was gibt's da? Nein, lass mich... Du siehst mich nicht. Versteck mich hier im Gestrüpp. Da oben muss ich hin. Das krieg ich hin. Wir sind natürlich voller Vorfreude hier. Können wir die Maske haben? Ach da. Mehr. Ciao. Einen Speer wieder herstellen. So, warte. Ich versuche einfach mal mein Glück jetzt. Oh, das gibt's noch nicht. Lass das, lass das, lass das, lass das. So. Ich glaube, ich muss hier nach oben. Kann das sein. So, wie wir gerade eigentlich schon geklärt haben. Wir waren eigentlich schon fast... Wir waren eigentlich schon fast richtig. Ich glaube, dass es hier ist. Es ist richtig. Ich glaube, dass es hier richtig. Wir müssen mal eben auf den Speer und die Keule wechseln. Entschuldigung, wenn ich so oft im Menü hier rumtourne, aber... Ich muss mir die Sachen richtig hinlegen. Ich muss mir die Sachen richtig hinlegen. Wieso nimmt er denn immer die große? Ich will die kleine Keule. So. Wir müssen auf jeden Fall... Hä? Ach, hier lang. Ciao. Aua, was? Hör, was war das denn? Was? Willst du mich verarschen? Lass, lass. Hör auf damit, hab ich dir gesagt. Hör auf damit. Ich muss weg hier. Ich muss weg hier. Da ist eine Leiter. Los, 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 los. Go, 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 go. Alter, ich muss weg hier. Äh... Ja, 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 ja. Freiheit. Nein, nicht... Nein, keine Freiheit. Ciao. Bisschen heilen nochmal. Bisschen was schnabollieren unterwegs. So, wo muss ich jetzt... Äh, oh Gott. Oh Gott, wo muss ich hin? Ciao. Uah, was? Soll ich mal aus dem Weg gehen? Hau ab, hab ich dir gesagt. Lass das. Lass das, hab ich gesagt. Lass das. Lass das, hab ich gesagt. Ich muss weg hier. Oh Gott, wir haben nicht mehr so viel Holz für unseren... Schwer! Alter. Na, das gibt's auch nicht. Ich krieg's dann auf die Pirne. So. Oh, nochmal. Ciao. So. Jawohl. Yeah. Jetzt, ich kehre zurück zu Dorf. Die Maske von Kalt. Abgeschlossen. Alter Schwede. Was war das denn bitte? Spannung pur hier. In Far Cry. Welche Folge? Ich weiß gar nicht, welche Folge es ist. Nehmen wir jetzt schon mittlerweile eine gute Stunde auf. Ähm. Alter Verwalter. Das ist ja... Huiuiuiui. Wenn ich mir das vorstelle, das im Survival-Modus... Uh, da krieg ich jetzt schon Gänsehaut. Das zu über... Uh. Das zu überleben. Was macht der da? Muss ich dich jetzt aufsetzen? Nein, lass das gehen. Uh. Oh, das ist ja... Sosstuchestar. Du ist ja... Die Sosstuchestar. Du batari Gwanam. Has war. Shaogas. Majis. Gwaris. Tausta. Uh, rabauga. Habateris. Dachis. Nawayakam. Bakar. O Sustugistar, Tanjedaha. Wir haben Lissila, Heimat. Dieser Eingang führt zu Lissila, Heimat und Batari, Sitz der Macht. Schwierigkeit ist gerade sehr schwer, aber Lungen du brauchst die Kraft eines Mammuts, um das Tor zu durchbrechen. Nur Tensei kann dich auf den Kampf mit Batari vorbereiten. Das heißt also, wir müssen erstmal andere Missionen machen, um dann hier sowas zu leisten. Ja, wir haben ja noch, ihr seht ja, wir haben ja noch genug zu tun. Ähm, ich würde jetzt gerne erstmal zurück zum Dorf. Möchte ich jetzt gerne erstmal hin, schnell reise. Mich so ein bisschen, ein bisschen erholen. Alter, was? Das ging aber schnell. Shamsham, das ging aber jetzt echt schnell. Haben die die Ladeszeiten verkürzt? Achso, wir haben ja unsere Hütte, haben ja schon... Es ist, glaube ich, Abend, ne? Kann das sein? Oh, was ist denn? Freisch nehmen wir mit. Können wir gut gebrauchen. Boah, ist ja richtig Stimmung hier im Dorf. So. Ja, es wird Nacht. Ich glaube, wir werden uns dann gleich auf dem Ort schlafen legen. Oder wir gehen auf die Jagd. Ich bin aber überlegen, ob wir mal auf die Jagd wieder gehen. Selten Hirschhaut brauchen wir nämlich. Ich glaube, das machen wir. Ich glaube, wir gehen auf die Jagd und suchen da seltene Hirschhaut. Und wir haben ja Nacht. Deswegen muss ich gucken, wo wir jetzt Hirsche haben. Hirsche. Ich erinnere nur in der Let's Play Live-Show beim Survival-Modus, wie oft ich einen Hirsch gesucht habe. Ja, dann schauen wir mal. Sonnenuntergang haben wir noch. Hirsch, 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 Hirsch. Hirsch, Hirsch, Hirsch. Hirsch, 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 Hirsch. Hier ist ein Hirsch. Guck mal eine an. Dann wird da wahrscheinlich auch der seltene Hirsch sein. Dann mache ich hier eine Schnellreise hin. Und, ähm, ja. Dann begeben wir uns jetzt auf die Jagd. Auf seltene Hirschhaut. Können wir nämlich die Hütte ausbauen. So. Da unten müssen wir hin. Ich beeile mich ein wenig. Weil hier ist ja die Nacht ist ja immer... Oh, hallo. Okay. Beeile mich nicht. Äh, denn die Nacht... Denn die Nacht ist ja immer sehr schnell um. So. Na toll. Super. Warum muss ich irgendwie ausgerechnet mal wieder am Everest hier spawnen? Da ist ein Gegner. Kann ich einfach runterspringen ins Wasser? Soll ich das wirklich riskieren? Oh, Gott sei Dank. Geh weg. Lass das. Äh, die Frage ist, wie erledige ich ihn? Ich glaube, ein Speer ist gar nicht mehr so verkehrt. Der macht echt unheimlich viel Damage. Und wir müssen... Und wir müssen natürlich auch gucken, dass wir... Dass wir den auch bekommen. Ich nehme mal ein bisschen Alderholz mit. Alder, Alder. Noch höre ich keinen Elch. Da unten sind Elche. Oder? Da höre ich einen Elch. In der Richtung. Ich wollte nur den Wegpunkt eben mitnehmen. Problem ist nur, die sind sehr scheu. Wildschwein. Äh, wo ist ein Elchen? Hab ich doch gerade noch gehört. Hier mal. Okay. Hier ist auf jeden Fall Bambi. Das heißt, ein Elch muss auch... Der ist oben. Komisch. Warum bin ich denn dann runtergerutscht? Ich gehe im Lack. Verdammt, das gibt es... Was? Aua, aua. Lass das. Lass das. Feige Drecksau. Angreifen und abbauen. Ich glaub's ja wohl. Ich glaub, du hast gelitten. So. Äh. Okay, das sind Wölfe. Ich würde aber gerne hier ein... Scheiße. Gibt's hier keinen Elch am rumlaufen? Keinen seltener? Nee. Oder haben die gerade einen erledigt? Weil da oben war gerade ein Elch gewesen. Jetzt sehe ich da Wölfe. Es kann natürlich sein, dass die Wölfe mir das jetzt abgenommen haben. Dazu muss ich natürlich erstmal gucken, dass ich da hinkomme. Um zu gucken, ob die da... ...einen Elch erlegt haben. Ja, ist ja... Ist ja gut. Ist ja gut. Da ist auf jeden Fall eine Blutspur. Ja. Ist, glaub ich, weggespawned gerade. Bin ich denn auf der Karte noch richtig? Ich schau mal eben. Ja, links von uns. Das müsste in die Richtung bleiben. Lass uns mal schauen. Boah, wie hübsch das ist. Alter, Schwenker. Okay, die Wölfe kämpfen gerade gegen den Leoparden. Das ist schon mal super. Dann brauche ich mich darum nicht kümmern. Da, 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 da. Scheiße. Mann, geh doch. Das gibt's doch nicht. Weh, mich greift jetzt irgendwas an. Nein! Alter, was? Alter, was? Lass das. Lass das. Wo ist der Elch hin? Scheiße, wir müssen den Elch im Auge behalten. Vor der Weg. Fuck. Wo ist der fucking Elch hin? Da unten ist einer. Aber diese scheiß, kacken Wölfe, Alter. Verziehbar. Mann! Ich könnte so katzen. Wo ist dieser Elch? Scheiße. Wo ist der große Elch hin? Verdammt. Vielen Dank.